Alle gegen Trump, zehn gegen eins, die zweite Fernsehdebatte der republikanischen Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten stand ganz im Zeichen des Kampfes von Donald Trump gegen den Rest des republikanischen Kandidatenfelds. Bei der ersten TV-Debatte der Republikaner Anfang August wurden die guten Umfragewerte des Rechtsaußenpopulisten noch als Strohfeuer belächelt. Aber spätestens jetzt ist klar, dass Trump diesem Wahlkampf zum Schrecken des Parteiestablishments noch lange erhalten bleiben wird. Weiterhin führt der Multimilliardär, Immobilienkönig und Reality-TV-Stadie-Umfragen mit großem Vorsprung an. Nun bot sich immerhin mal wieder die Gelegenheit, Trump vor großem Publikum von allen Seiten anzugreifen, und das offen zu legen, was sowieso schon jeder weiß, außer großer Sprüche hat der selbst nannte Retter Amerikas nichts zu bieten. Ein echtes politisches Programm? Zumindest bisher Fehlanzeige. Punkten im Kampf gegen Trump konnte vor allem eine Frau, die bis vor kurzem sogar den meisten Amerikanern noch völlig unbekannt war, Carly Fiorina. Ähnlich wie Trump ist auch Fiorina eine politische Quereinsteigern, die bisher noch kein politisches Amt bekleidet hatte. In der ersten TV-Debatte hatte es die frühere Vorstandsvorsitzende von Hallett Packard, HP, nicht mal in die Runde der zehn aussichtsreichsten Bewerbe geschafft. In der Debatte der Loser machte die 61-Jährige damals dann aber eine so gute Figur, dass ihre Umfragewerke in letzter Zeit stetig anstiegen, und sie dieses Mal in der Diskussionsrunde der Top-Kandidaten mitreden dürfe.